DW Deutsch lernen mit Nachrichten Mittwoch, 12. Mai 2021, 9 Uhr in Deutschland. Israel unter Dauerraketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Militante Palästinenser im Gazastreifen haben nach Angaben der israelischen Armee bislang mehr als 1000 Raketen auf Israel abgefeuert. 850 Raketen seien abgefangen worden oder in Israel niedergegangen. Etwa 200 weitere seien noch im Gazastreifen niedergegangen, sagte ein Militärsprecher. Nach seinen Angaben starben in Israel bislang 5 Menschen durch Raketenbeschuss. Mehr als 200 seien verletzt worden. Seit Montag beschießen Palästinenser Israel mit Raketen. Israel reagiert mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen. Palästinensische Quellen sprechen von dutzenden Toten in dem Küstengebiet. Schwere Unruhen in israelischer Stadt Lot. Nach Ausschreitungen in der Stadt Lot hat Israel dort den Ausnahmezustand verhängt. Laut Medienberichten hatten arabische Einwohner auch Synagogen in Brand gesetzt. Zudem seien Geschäfte und etliche Autos in Flammen aufgegangen. Der Bürgermeister von Lot, Jair Revivo, sprach im Fernsehen von einem Bürgerkrieg. Auslöser war wohl der Tod eines 25-jährigen Arabers. Er soll von einem jüdischen Einwohner der Stadt erschossen worden sein. UN warnen vor dramatischer Hungersnot in Madagaskar. Mehr als eine Million Menschen im Süden Madagaskars leiden nach Angaben der Vereinten Nationen an akutem Hunger. Fünf Jahre in Folge mit geringen Niederschlägen hätten den Zugang zu Nahrungsmitteln erschwert, erklärten das Welternährungsprogramm und die UN-Landwirtschaftsorganisation. Die Ernte von Reis, Mais, Maniok oder Hülsenfrüchten werde 2021 voraussichtlich weniger als die Hälfte des Fünfjahresdurchschnitts betragen. Bauern müssten mit Saatgut und Werkzeugen versorgt werden, um die Nahrungsmittelproduktion anzukurbeln, fordern die beiden Organisationen. Maß zu Privataudienz beim Papst Bundesaußenminister Heiko Maas will an diesem Mittwoch mit Papst Franziskus bei einer Privataudienz auch über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche reden. Dies sei eine Frage, die viele Menschen bewege und ihr Verhältnis zu ihrer Religionsgemeinschaft bestimme, sagte Maas nach seiner Ankunft in Rom. Es interessiere ihn, wie die katholische Kirche und wie insbesondere auch der Papst damit umzugehen gedenkt. Maas wird als erster deutscher Außenminister seit fast 20 Jahren vom Papst zu einer Privataudienz empfangen. Steinmeier richtet Corona-Botschaft an Muslime Zum Ende des Ramadan hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Muslime in Deutschland um Verständnis gebeten, dass sie das traditionelle Fastenbrechen erneut nur im kleinen Kreis feiern dürfen. Es sei bitter, dass das Zuckerfest nun das zweite Jahr in Folge lediglich unter Pandemiebedingungen möglich sei, sagte er in einer Videobotschaft. In vielen Religionen sei die innere Einkehr des Fastens mit dem Gedanken der Versöhnung verbunden, so Steinmeier weiter. Er wünsche sich, dass auch die gemeinsam durchlittene Corona-Zeit die Menschen einander näher bringe. Deutscher Fußballbund muss sich neu aufstellen. Die Führungskrise im Deutschen Fußballbund hat eine neue Stufe erreicht. Nach anhaltender Kritik an einer internen Äußerung, mit der DFB-Präsident Fritz Keller seinen Stellvertreter Rainer Koch mit einem Nazirichter verglich, zieht der 64-Jährige die Konsequenzen und gibt sein Amt auf. Damit würden die Weichen für eine Neuausrichtung gestellt, teilte der Verband mit. Genau wie Keller will auch DFB-Generalsekretär Friedrich Kurzius am kommenden Montag aus dem Amt ausscheiden. Soweit die Meldungen von Mittwoch, dem 12.05.2021. dw.com slash langsame Nachrichten